Ein Mann auf Mission. Leonhard Dünninger will heute Abend retten. Und zwar Lebensmittel vor der Tonne. Und das ohne Auto. Ich hab den Fahrradanhänger. Da kommt noch ein Schwung Eimer aus dem Rucksack mit dazu. Und damit bringt man schon einiges weg. Und falls es sich mal nicht ausgeht, dann fährt Leo einfach zweimal. Was erwartet ihn jetzt? Wir treffen uns jetzt mit einem Team auf dem Tollwood, klappern da ein paar Stände ab und schauen, was wir kriegen, wie viel wir kriegen. Denn das ist immer ungewiss. Das Tollwood ist ein Festival in München mit vielen Essensständen. Die Foodsharer, wie Leo, kommen täglich hierher, um das übrig gebliebene Essen abzuholen. Angekommen auf der Theresienwiese. Ich hoffe, dass wir möglichst wenig retten müssen, dass keine Lebensmittel übrig sind. Weil wir eigentlich dafür stehen, dass wir Lebensmittelabfälle reduzieren wollen, vermeiden wollen. Und nur das, was wirklich übrig bleibt, holen wir ab. Aber wir freuen uns umso mehr, wenn gar nichts erst überbleibt. Denn dann wären die Foodsharer überflüssig. Und das ist ihr Ziel. Sie retten die Lebensmittel unentgeltlich und gehören dem deutschlandweiten Verein Foodsharing an. Packen wir's. Dann treffen wir uns im Patering-Zelt. Los geht's. Leo ist allein für das große Gastronomie-Zelt zuständig, wo zehn Stände auf ihn warten. Der erste. Super, danke schön. Kein Essen für Foodsharing. Ob er später noch was bekommt? Eine Woche zuvor, bei Leonhard Dünninger zu Hause. Er hat soeben Backwaren aus einer Bäckerei gerettet. Das sind zwei Apfelkuchen, so geschätzt einmal zehn Krapfen, Rosinen, Semmeln und so eine Kirschtasche. Und da haben wir noch jede Menge Brot, Semmeln, Brezen. Ein paar Sachen werden wir hier in der WG aufessen, mit der ich zusammen wohne. Und ich gehe davon aus, dass später noch jemand vorbeikommt und ein bisschen was abholt. Denn so funktioniert Foodsharing. Teilen. Leo sieht durch seine Arbeit in der Großmarkthalle täglich. Lebensmittelverschwendung ist ein lokales und weltweites Problem. Und auch das Bewusstsein fehlt. Man darf auch nicht vergessen, dass bei Lebensmitteln ja relativ viel Arbeit dahinter steckt. Ob das jetzt Obst und Gemüse ist oder Backwaren, wo viel Getreide mit drin ist. Und da haben ja viele, viele Leute viel, viel dafür gearbeitet, viel Herzblut und Energie und Mühe und Schweiß reingesteckt. Und da wäre es einfach schade drum, wenn das dann am Ende, wenn das eigentlich erst fertig ist, direkt weggeschmissen wird. Deshalb rettet er. Und geht seit fast zehn Jahren so gut wie nicht mehr einkaufen. Wenn doch, dann für Produkte, die es beim Foodsharing selten gibt, wie Öl, Gewürze und frischen Fisch. Alles, was ich auf isst, muss nicht weggeschmissen werden. Doch aufessen, das macht er nicht allein, sondern mit anderen. Denn ihm ist das Teilen wichtig. Und das funktioniert über die Foodsharing-Webseite. Ich habe das eingestellt, dass ich heute Lebensmittel abhole und dann auch einen sogenannten Essenskorb veröffentlicht. Und da können sich die Leute dran drauf bewerben und würden dann hierher kommen und das abholen. Leo hat eine Anfrage. Und tatsächlich, da hat sich die Kerstin drauf beworben. Ich habe ihr auch schon Bescheid gegeben, dass sie kommen kann. Hier im Wohnzimmer beginnt 2013 Leos Foodsharing-Reise. Der Erstkontakt für mich zu Foodsharing war tatsächlich über eine Facebook-Post, wo jemand Lebensmittel verschenkt hat, die er gerettet hat. Und da ist man dann sowohl mit der Person als auch mit den anderen Abholern dann in Kontakt gekommen. Und da ist man so peu à peu reingewachsen in diese ganze Foodsharing-Community. Bei Leo sind es junge Familien, Rentner, Geflüchtete, Studierende, die mehrmals die Woche vorbeikommen. Und Kerstin. Ha, hallo, Kerstin? Ja, genau. Komm rein. Super. Du kommst zwecks Brot und sonstigem. Ja, genau, wie auf dem Essenskorb haben wir nicht geworben. Kerstin Barth macht Foodsharing seit über zehn Jahren, um sich und ihre Nachbarn mit Lebensmitteln zu versorgen, die sonst auf dem Müll landen würden. Ich finde es einfach eine Unverschämtheit. Wir leben in so einer Luxusgesellschaft, dass wir sowas wegwerfen können. Das finde ich einfach krass. Und das ist eigentlich das, was mich seit zehn Jahren da auch an der Stange sozusagen hält. So wie Leo. Er hat bisher 43.000 Tonnen Lebensmittel gerettet. Zwei volle LKW. Ob er hier was bekommt? Hallo, ich komme von Foodsharing. Machen Sie einmal? Haben Sie was? Hier ist einiges übrig geblieben. Es gibt Hefeteigbällchen und frittierte Kochbananen. Und dann eine große Überraschung. Ganz schöne Menge. Ich hoffe, dass wir sie alle wegkriegen. Warum das Berberhaus mitmacht. Wir machen beim Foodsharing mit, weil wir finden, es ist eine super Aktion, kein unnötiges Essen wegzuschmeißen. Und nicht nur das Essen, das dadurch gerettet wird, sondern es ist auch super, hilfsbedürftigen Menschen zu helfen, die sich auch darüber freuen. Dabei ist Foodsharing kein Sozialprojekt. Alle können mitmachen. Bedürftig oder nicht. Dieses Missverständnis kennt Leo bereits. Das gibt es schon manchmal, diese Verwechslung. Aber das klären wir halt einfach auf, indem wir sagen, wir sind eben Foodsharing. Wir sind nicht die Tafel. Wir sind ein Projekt gegen Lebensmittelverschwendung, von dem auch sehr viele Bedürftige, die es gut brauchen können, profitieren. Ist aber nicht der ursprüngliche Ansatz und Zweck von Foodsharing. Aber ganz normale Folge. Leo ist fertig mit seiner Tour. Haben wir doch einiges retten können, was sonst weggeschmissen worden wäre. Und das freut uns. Jetzt geht's zum Catering-Zelt. Dort trifft Leo sein Team und dann wird das Essen aufgeteilt. Die Menge ist auch für die langjährigen Foodsharer unbegreiflich. Es ist schon traurig, dass so viel weggeworfen wäre, weil viele dann noch erwarten, abends um halb elf die gesamte Palette zu haben. Wenn man weiß, dass das bloß ein ganz, ganz kleiner Teil ist, ist ja eh traurig. Aber immerhin. Nur machen, was wir können. Falafel, Schokofrüchte, Schupfnudeln mit Sauerkraut und vieles mehr. Die heutige Rettungsbilanz. Jetzt muss es nur noch heim in die Kühlschränke. Ich bastel da jetzt noch im Internet einen Essenskorb. Und dann kommen morgen wieder Leute zu mir und können dann Falafel abholen, Pommes abholen, Reis, was so da ist. Mittlerweile ist es ein Uhr nachts. Leos Fazit? Zufrieden, aber kalt und nass. Trotzdem wird Leonard Dünninger auch morgen wieder Lebensmittel vor der Tonne retten. Zufrieden, aber auch morgen wieder Lebensmittel vor der Tonne retten.